Hallo und herzlich Willkommen aus Butzingen, einem Ortsteil der Gemeinde Vechingen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ein schönes Bauerndorf, ein typisches Schweizer Dorf mit Holzhäusern und Fachwerk. So, da müssen wir jetzt eine scharfe Kurve nach links machen. Ich bin gerade durch ein Gebiet gefahren, in dem es sehr, sehr neblig war. Zum Glück ist es hier wieder normal. Hier wieder ein wunderschönes Holzhaus. Schöne ländliche Idylle hier im Kanton Bern in der Schweiz. Rechts unten ist dieser Ort. Wir fahren jetzt einen steilen Berg hoch. Hier sind auch noch Häuser. Und das war's. Ich verabschiede mich.